Du hast in den Weltparametern die Terminator aktiviert, wirst aber ständig von Arnold Schwarzenegger getötet, weil deine Waffen einfach keinen Schaden verursachen? Keine Sorge, denn ich zeige dir in diesem Video, wie du an die spezielle MK14 kommst, mit denen du die Spielzeugroboter endgültig zum Schweigen bringst. Du aktivierst die entsprechende Eventmission im Terminator-Event, sprichst mit Maria, verhörst einen Gegner, fotografierst eine Tafel, überfällst den Konvoi, fährst ein bisschen durch die Pampa, besuchst Rasa im Krankenhaus, wirfst Rasa durch den Raum und bedrohst sie mit einer Waffe, fließt mit Rasa vor dem Terminator, bittest Rasa auf den Beifahrersitz, weil du Boden zu Mittag hattest und fährst mit ihr zu ihrer Werkstatt. Hier bekommst du die Waffe. Mit dieser Waffe kannst du ab jetzt die Terminator erfolgreich bekämpfen. Dann bleibt dir nur noch, reinzuhauen und meinen Kanal zu abonnieren. Viel Erfolg!